Hallo, ich war im Keller und habe meinen 15 Jahre alten Laptop geholt, um zu schauen ob er noch funktioniert. Installiert ist Windows XP Professional. Also als erstes mal die neuesten Treiber. Die neuesten sind gut geholt. Erstaunlicherweise gab es noch Treiber. Auf der Seite von Fujitsu. Danach Google Chrome und Firefox installiert, um zu schauen ob man die heutigen Seite noch aufrufen kann. Und wie man sieht, es funktioniert, wenn auch etwas langsam. Ok, jetzt kann er wieder in den Keller. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Ciao. So. 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 Meine Wohlfühl-Apotheke. Wenn mal wieder alles anders kommt. Oh nein. So sieht es jetzt seit neun Tagen hier in der Halle 5 aus. Dort, wo die Personen waren, sind aus dem Standpunkt erwachsen. Mit Kinder-Augen sieht das alles ganz anders aus. Es ist wesentlich weniger zu sehen. Kein Wunder, dass Kinder ihre Eltern verlieren, dass sie im Allgemeinen Gebühren, Getränke und so weiter verloren gehen und plötzlich ganz alleine vor den Autos stehen. Und die Messeleitung hat das vorausgeahmt und sie hat vorgesorgt. Bei täglich mehr als 100.000 Besuchern ist die Kindersammelstelle nicht minder gut besucht. Bis jetzt waren es immerhin rund 350 Kinder, die entweder gesucht wurden oder die ihrerseits ihre Eltern besucht haben und dann auch wieder fanden. Man spricht sogar von 666 insgesamt, weil nicht alle verlorenen Schäfchen sich hier gepellet haben. Nun, am vergangenen Sonntag, da waren es allein 125. In der Samenstelle gibt es nicht nur Trost, es gibt auch spielekleine Andenken. Es kommt sogar vor, dass Lehrer ihre Schulklassen und umgekehrt verlieren und dann auch hier wiederwinden. Nicht gerade selten sind auch die Bälle, da kleine Ausreise auf eigene Faust die IAA erodern und gar nicht unbedingt wiedergebunden werden wollen. Liebe Zuschauer, liebe Autofreunde, herzlich willkommen zu unserer dritten Direkt-Sendung von der IAA, der Internationalen Autopopiel-Ausstellung hier in Frankfurt. Wir berichten heute aus Halle 5 und wir beginnen gleich mit einer Welt-Termin. Ihr solltet ihn kämpfen, verbergen und wurde selbst zum Ikonisch. Ein Fahrzeug, eine große Harmonie strengte und keine Bode. Der Golf, für viele das erste Auto. Wir sehen uns auf die Generation Golf, der stimmt so. Als GTI heiß begehrt. Ein Sportwagen fürs Volk. Für mich ist der GTI in der Porsche des Treibers. 35 Millionen Mal verkauft. Ein Bestseller von Anbeginn. So darf ich die Dauer drücken. Weil ich bin ja für mich geboren worden, ja. G.A. VW Golf. Das Wunder von Wolfsburg.